Das Gewusel hier, das Gewusel. Das ist ein krasser Brot, Mann. Das sind Bakterien, wie die Bakterien. Wieso sieht es aus wie Bakterien? Ich weiss, es gibt da die General Microscope. Das ist ein mega geiles Brot. Das ist ganz krass. Das ist die Rastomierend-Dunnel-Microscope. Da kann man auch Falschfarben von Bakterien. Das ist ganz krass.